So ihr Abiturathleten, dann guten Appetit. Dann schon zufalt es. Wir haben heute den Mittwoch 25. Februar Das habe ich mir gestern gekauft 1,79 Euro Dann einen Kalker 89 Cent Und so einen Teppichverleger Das waren 1,99 Euro Das kommt alles so zum Haushalt Ciao Ciao Und dann noch so etwas Und dann noch ein Kalker Und dann noch ein Kalker